So und willkommen zurück zu Assassin's Creed 3. Ich starte mal wieder neue Aufnahmen, deswegen steigen wir hier wieder im Ladebildschirm ein. Mit Desmond. So und wir sind letztes Mal stehen geblieben, da sollten wir den Mitbewohner von Boston befreien. Dem helfen. Ich bin nochmal gespannt, ob er da wieder einsteigt. Aber schauen wir mal, wenn er mal fertig geworden hat. Ist er jetzt auch wieder gepatcht auf Version 1.0.2. Ich habe die Details noch nicht dazu gelesen. Müsste ich mal schauen. Was sich da jetzt geändert hat. Halt, nein, was drücke ich denn auf R2? Ja, stylisch! Ja, jetzt rennt er dran vorbei. Kriegste! Meister! Oha, Spezi, schaust du gut aus. Überspringen tun wir da mal nix. Endlich Gerechtigkeit! Ja! Will der Gouverneur ruhig mehr schicken! Ah, das haben sie eingefügt im Überspringen, oder? Bin ich. Ist nicht mein erster Tanz. Trotz der Zähne und Klauen dieser Rotfüchse kämpfen sie wie Welpen. Vielen Dank, mein Freund. Ich würde dir ein Ale ausgeben, doch ich werde leider erwartet. So. Können wir weg hier, bevor wir zu sehr auffallen. Und wir müssen treffen unsere Freunde. Haben wir denn? Ah! Na, war klar. Na, war klar. Du kommst nicht, da ihr dir nicht aus den Augen. Nein, war klar. So, jetzt schauen wir mal kurz, was das hier eigentlich ist, dieses Zeichen. Stadtschreier, ah, okay. Wo sehe ich denn hier eigentlich unseren Bekanntheitsgrad? Na ja. Gehen wir mal zu so einem Stadtschreier. Kinder weg da. Was? Jetzt sind wir wieder blank, wieder alles verprasst. Da müsste ich mal ein paar Bürger beklauen, aber es geht auch billiger. Ich bin jetzt inkognitor. So. Ah, Gott. So, hier ist irgendwo eine Truhe. Ich höre sie auch schon. Die nehmen wir auch gleich mit. Ein Wuffi. Oh, wie das Schloss knacken. So, erstmal L im Kreis drehen. Ah, 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 ah. Letzter. Ah, na, na. Mach auf das Ding. Na also. Was haben wir da Feines drin? Erhalten. Hustenmedizin. Speerthosen. Steppdecken. Edle Möbel. Ja, sauber. Hasenpfeffer. Spielkarten. Ach so, das sind Pläne. Hustensirup. Perücken. Fackel. Bäranhänger. Ja, meine Fresse. Was war denn da alles drin? Und Kohle. Ja, also. Money, 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 sage ich da nur. Lass es mir vorbei. Hier ist Nachmasen. Da sehe ich schon, da schwirrt jetzt gleich wieder eine Buchseite rum. Wo ist sie hin? Da drüben. Komm. Gib Gas, Connor. Steuereintreiber loswerden. Ja, okay. Die kriegen wir schon wieder. Suck! Wöre nicht. Super! Hm. Mir ist ein Stadtantreiber verloren gegangen. So. Gut, natürlich wollen wir den treffen Okay, ja, das machen wir alles Wie hält der sich denn nochmal fest? Ich weiß es nicht mehr Man kann ihn ja fallen lassen Und dann müsste er sich eigentlich nochmal irgendwo festhalten Das müsste doch auch gehen Ah Na? Wart, 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 wart. Mit dem Bogen bin ich ausgestattet. Der kann ja nix. Ne. Okay, da habe ich keine Muni. Da ist die versteckte Klinge draußen. Okay. Ah! Mit einem Schuss platt gemacht von dem Pisser. Ich muss nochmal schauen. Also auf R2 komme ich ja auf meine ganzen Waffen. Aber wo waren die Medis? Das war sonst alles immer in einem Menü. Hm. War das vielleicht El... Nee. War das vielleicht bei Select? Aber das wäre ja auch bescheuert. Befreiungsmissionen? Nein, nein, nein. Die Pause wäre ja auch dämlich. Nee. Braver Hund. Ja, so ist es. Das ist die Schnellauswahl. Das ist der... Hm. Also wenn ihr es wisst, sagt es mir bitte nochmal, weil irgendwie verplane ich es gerade voll. Wo ich mich heilen kann. Irgendwie habe ich das wieder voll verplant. So, geht anuf. Schauen wir mal, was er eigentlich anzubieten hat. Wenn er da schon mal vorbeiläuft. Also, Verbrauchsmaterial, Pfeile, Munition wäre mal nicht schlecht. Mal volles Programm hier. Habe ich jetzt gerade gar nicht gesehen, wie man die Menge verbessern kann. Fallen, Sprengfallen. Köder. Ja gut, das brauchen wir jetzt nicht. Können wir irgendwas verkaufen. Das Hirschherz. Ach, die Menge muss ich vorher auswählen. Verkaufen wir mal alle. Das Fleisch. Pelz könnte man vielleicht brauchen. Hirschmark weiß ich jetzt nicht. Okay. Äh. Ah, schauen wir mal. So. leckts mich am arsch ich muss den im Nein! Weg da! Der erwischt mich trotzdem. Das gibt's doch nicht. Ich glaube, ich lasse jetzt mal die Nebenmissionen, weil sonst komme ich da heute gar nicht mehr weiter. Ja, jetzt lande ich wieder am Arsch der Welt. So. Na, dann laufen wir mal dahinter, wo wir hinwollen. Lalalalalala. Und ich weiß immer noch nicht, wo ich mich heilen kann. Das geht euch ein Scheiß-Track an. Das geht euch. Ahhhh Ja! Wir bringen heute um! Ah, weg hier! Warum springt dann da wieder raus der Depp? Nein! Nein! Das gibt's ja nicht! Das gibt's ja nicht! Ja, das wird jetzt eine überlange Folge! Wie kann ich hier jetzt an... Ah, da unten stehen die nächsten! Oh! 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 Da oben stehen auch zu viele Ich dachte eigentlich man kann hier durch Häuser und alles sprinten Aber irgendwie Weiß ich bis heute noch nicht wie das geht Na reagiert euch mal wieder ab Das gibt's doch nicht So wir machen hier gleich einen kleinen Break und dann laufen wir wieder Dann laufen wir endlich mal dahin wo wir eigentlich hinwollten Also bis gleich euer Medaso